Er ist voll schlau halt. Du hast dasselbe gemacht? Oh ja, here we go. Man merkt, er ist gut so. Du hast ihn gebatet, dass er wiederkommen muss und dich beaten muss. Ja, genau das habe ich gemacht. Oh mein Gott. Ich verstehe gar nichts, was hier passiert. Es ist einfach nur Octane, Mann. Hat irgendeiner mal eine Sekunde lang keine Knöpfe gedrückt? Ich meine, nein, warum würde man das tun? Abtails? Oh mein Gott. Alles blind? Es wäre wirklich Kopf in den Kopf gerade. Oh no, das hatte ich gesehen. Ja, das ist der... Oh! Okay, das ist nicht Niki. Niki ist nicht orange. Ab nächstes Weekly habe ich einen Lanadapter. Dann kann ich auch die Sets dann ausholen. Oh, geil, Alter. Brauchen wir das aber? Ja, brauchen wir. Da kann man auch zum Beispiel Inputs per Minute... Oh! 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 Er ist der Geld, Mann! In die Blässe mit dir? Vor allem, er hätte sich einfach ranhängen können. Ja, ich habe gesehen, wie er überlegt hat, ob er jetzt runtergehen sollte oder nicht. Es ist... Aber er muss das ganz dringend machen. Oh! Es ist... Es ist... Es ist Geld, Mann, am Ende. Oh mein Gott, das macht der Geld schon. Wow, er ist durchgelaufen. Geld, Mann, einfach mit der richtigen Energie. B, D, E. Oh! Oh! Große Ort! Ah! Sick! Singlehand! Singlehand! Ist auch der beste deutsche Spieler, da kann man schon mal einen Stopp von Geldjunger ziehen. Der trainiert. Oh mein goodness! Oh! Dann fühlt man sich immer cool. Oh mein Gott, das war ein Sane von Niki. Das war schon ziemlich smart. Oh! Unter der Plattform stehen... Das Ding ist, Geldjunger muss das gewinnen, weil gegen Niki gewinne ich glaube ich nicht. Oh mein Gott! Ah, schade. Gutes Dial. Fuck. Ja, wo ist der? Immer gut. Nice. Immer noch der Ley... Einfach frech. Er ist immer noch... Es gibt ja es. Er spielt gegen fucking Niki und er ist frech. Er ist immer noch frech. Er ist so... Er ist einfach dein Spiel. Er ist einfach dein Spiel. Attitude Gaming. Er ist Geld, Mann. Er ist einfach nur wie er spielt. Ich mach den Profil. Woohoo! Okay. Alter, du ist so even. Heftig, heftig. Wir dürfen doch nicht so laut sein. Das halbe Spiel rum. Es ist noch nicht... Sie haben völlig recht, sie haben völlig recht. Könnt ihr mal chillen? Ja, aber ich will ja nicht das Nachbarn nicht so. Weißt du? Schwer die sich und dann werden wir nicht mehr reingelassen. Ich bin auf der Seite der Nachbarn... Oh mein Gott, Miki ist insane. Ja. Aber er ist halt auch nicht gut genug... Oh! Wow! Das ist die Ahnung. Klasse. Ballert. Kommt doch nicht. Richtig. Jetzt holt er den. Sicker Angle. Wow! Nicht der Cheese! Wow! Ah! Er wollte zu sehr. Das ist okay, das ist okay. Rocky Balboa. Das gefacen Streamer. Das ist doch wirklich... Also dann... Warte, ich mach mal den Streamer. Oh! Geiler Trade. Oh mein Gott! Der Laser war ja so perfekt. Ah! Okay! Alles noch drin? Alles noch drin? Wow! Ein bisschen mit dem Cheering auf, danke! Daddy's Eat! Wow! Nicky! Er ist zurückgegeben! Er hat's gemacht! Ich glaube, Nicky hat sich die ganze Zeit trotzdem gelangweilt. Ich glaube, da war gar nichts dran, was er nicht die ganze Zeit... Du bist der Beste und musst dir sowas anhören. Oh mein Gott! Echt! Na ja, sowas passt so in Berlin! Ich sagte, in Hannover wird Nicky so gehuldigt und Leute so durchfassend... Hier ist der goldene Stuhl! Ja, ja, aber hier gibt doch keine Respected-Dick. Als ob ihr wird... Respektvoll Menschen, Alter! Ja, ist ein Ranking! For Gamer auch noch! For Gamer! Ich rede wirklich keine Gamer! Schön abgekürzt! Wenn du Gamer... ... dann steck dir ich! Kein Riff weg! Oh! Aber also wirst du nicht selber am Gamer? Was? Stimmt! Ja, aber ich habe auch keinen Selbstwert! Oh, nice! Ich bin fest davon überzeugt, dass... Du brauchst dich auch einfach nur selber? Ja! Oh, let's go! Wegen von Selbstwert! Oh Gott! So... Oh! Ja, ja, ja! Er hat schon wieder die Liste gehabt, Alter! Ja! Er ist ein wilder Typ! Es ist auch seine Stage! Es ist die... Es ist Geld, Junge Island! Es ist einfach sein Home! Er kann... Er kann nur... Er hat aber das Power! Oh! Kommt ihr das an? Smash! Ich hätte einfach noch einen Abschluss erwartet! Ja, ja, ja! Es ist einfach nur die Frechheit! Es ist einfach wirklich nur... Es ist eine Frechheit! Oh! Was? War das was für Tag? War das einfach crazy? Oh, Walgundis! Garland? Ja! He is going nuts! True! Oh! Schön, schön, schön! Schön gesehen! Kurze Pause! Schöner Mann! Keine Buttonshow! Der Abtilt! Obwohl übrigens nice! Nice! Nice, Nicky! Oh, my God! Jetzt sieht man wieder so... Oh, hi! Mike, nice! Noch mal lauter! What? Nice catch, Bro! Wirklich gut! Fuck! Fuck! Okay! Nutrisch! Hier kommt mann Kopf, Digga! Niki schon, ja? Die Kontrahenten schenken sich nicht! 3-0 Bottes Klos! Es ist eine ausgewogene Partie! Das sollte es bei Smash GG als kleine Notation machen! Oh, Gott! Uptilt! All over! Blup! Wall jump! Okay, mal wieder! Niki ist einfach Robby-Man! Oh! Das hat interessant! Respekt! Wow! Niki! Fuck, warum ist alles so optimal? Oh, mein Gott! Optimal? Oh, Gott! Der hat zwei dann mitgekillt, Alter! Nice punish, Bro! Einfach wirklich! Do I get to play, please? Can I also press the button? Welcome to Spitzland! Oh, ho, ho! Oben geschwitten! Okay, okay! Er hat ihn in der Corner mit der Pressure und das war in China! Oh, ist das mies manchmal! Fuck! Ja, Niki übernimmt zum Ende hin immer leider die Quadrale und das kostet Geld man dann die wichtigen Stucks und Games! Das ist der Grund, warum sie eben die großen Bugs beteilen! Geldmann ist, äh, German, äh, Berlin, ähm, Smatter! Mike ist leise! Ah, Geldmann? Nee, hab ich in den Lauter gestellt! Ah, okay, fair! Geldmann ist einfach ein Berlin-Favorite! Kein Deutschland! Er ist einfach nur ein Deutschland-Favorite! Okay, das erste Mal, dass Geldjunge nicht sein Lied hat, aber immer mit dem Nick! Er hatte den, den FGCE-Not! Immer so, ja, 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 das war meine Schuld! Ja! Aber guck! Oh, ho, ho, ho! Das movement! Das war's! Schwuppschuss! Durchgeslippt! Wirklich geslippt! Aber guck dir das an! Die Souveränität! Richtig ätzend! Niki leider am Dominaten! Vielleicht wird das Anzieher! Man kann es nur respektieren! Oh, Gott, es gibt nichts Gruseligeres als jemand, der sich so vor dich hinkniet! Bei Low-Prozenten auch! Ja, ja, schrecklich! Geldmann ist the man with the Geld! Ja, natürlich! Geld, Money! Das ist alles, was ihn ausmacht! Und sein Melee-Game vielleicht auch! Nein, nein! Das ist 100% seine Identität, das ist nur Currency! Ja! Das ist alles, was er ist! Deswegen spielt er auch nur Melee! Ja! Melee, die Currency! Also, means to an end! Deswegen verreist er auch nicht so viel, weil er nicht weiß, dass er so hochkommt! Stocks und seine Currency, die er sammelt! Stocks und... Stockman! Meinst du Stocks? Oh! Kicks! Aufgeladen! Oh, das ist geil, aber es ist... Es macht einfach so Bock! Oh! Oh! Scary! Huchtels! Okay, nice to conversion! Oh, fuck, Mann! Oh, er hat ihn vielleicht sogar noch mal scheinen! Okay, alles gut, alles gut! Wir leben! Komm, komm! Ein Game! Ein Game wäre total fair! Ein Game wäre schon sehr fair gegen Deutschlandfest, aber ich glaube, es wird nicht passieren, leider! Ah! Sieht leider böse aus! Nein, sieht immer noch knapp! Wie steht das? 2-0! Es fühlt sich nicht knapp an! Uuuuh! Uuuuh! Halt ihn da! UBERHAND! 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 Die UBERHAND! Das war das geile Wort! UBERHAND! Ah! Hätte er den bekommen, hätte er vielleicht nicht das Game gewonnen, aber er hätte immerhin zwei Punkte bekommen! UBERHAND! 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 dann hätte ich das auch geglaubt vorher.